Aus einer weit zurückliegenden Vergangenheit kommt jetzt die noch nie zuvor erzählte Geschichte von einem Kreis außergewöhnlicher schweigsamer Krieger, die Zauberkräfte und große Fertigkeiten in allen Waffengattungen besaßen. Furchteinflößende Henker, Scharfrichter, die ohne Warnung zuschlugen, um dann wie Schatten in der Nacht zu verschwinden. Ninja! Schauppeln! 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 Ninja Kommando. Ein atemberaubendes, wirbelndes Abenteuer, in dem Ninja sich gezwungen sieht, mitten im Herzen Chinas anzugreifen. Seien Sie auf alles gefasst, denn Sie erleben Unfassbarkeit. Wie ein Duell auf Leben und Tod. Auf Stelzen. Hey, Teufel! Du wirst bestimmt eines Tages für immer zu Hause bleiben. Oder du wirst eines Tages nicht mehr zurückkehren. Akane, du bist die Frau eines Ninja-Kriegers. Also benimm dich auch so. Aber, ich habe furchtbare Angst. Jeden Tag und jede Nacht. Du musst keine Angst haben. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Noch vor Einbruch des Winters sind wir wieder zurück in Japan. Ich verspreche es dir. Ninja Kommando. Mit Quang Zhang Li, als der unbesiegbare Anführer des mächtigen Kriegergottbruderordens von China, dessen Mitglieder das mystische Kung-Fu der Götter ausüben, das sie wie ein undurchdringlicher Panzer schützt und zugleich eine tödliche Waffe darstellt. Jetzt beschwören sie alle Dämonen des Himmels und der Hölle, um sich gegen den unerschrockenen Wagemut der Ninja zu behaupten. Ninja Kommando. Ein einmaliger Nervenkitzel, den sie nie vergessen werden.